Gerade wird in Namibia für das Traumschiff gedreht. Dort muss die Besatzung der MS Amadea diesmal ohne ein Kernmitglied auskommen. Barbara Wussow, die Hoteldirektorin Hanna Liebhold verkörpert, fehlt beim Dreh. Gegenüber T-Online bestätigt das ZDF, Barbara Wussow kann aus Krankheitsgründen nicht am aktuellen Landdreh teilnehmen. Glücklicherweise wird Wussow nur beim Dreh auf dem Festland fehlen. Denn die Szenen auf dem Schiff selbst wurden schon vor einigen Monaten fertiggestellt. Deshalb passte das ZDF das Drehbuch an, sodass Hanna Liebhold nur in einem Teil der Folge zu sehen sein wird. Ganz verzichten müssen die Fans auf die sympathische Hoteldirektorin also nicht. Wann die Namibia-Folge im TV ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Üblicherweise wird die nächste Traumschiff-Episode an Ostern im ZDF ausgestrahlt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017